Jimmy Blue & Wilson González Ochsenknecht – Erster Schritt in Richtung Versöhnung Die Fronten in der Familie Ochsenknecht sind verhärtet, doch es gibt Anzeichen für eine Annäherung. Wegen seiner Beziehung zu Rennfahrerin Laura Marie Geisler und seiner Nicht-Beziehung zu Tochter Snow ist das Verhältnis zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht und dem Rest der Familie angespannt. Aber jetzt ziehen zumindest ein paar helle Wolken auf. Nachdem ihm vorgeworfen wurde, seiner Schwester Cheyenne nicht, beziehungsweise sehr spät, zur Geburt ihrer Tochter Mavi gratuliert zu haben, scheint Jimmy aus seinen Fehlern gelernt zu haben und nun bei wichtigen Ereignissen sofort zum Handy zu greifen. Jimmy Blue Ochsenknecht gratuliert seinem Bruder Wilson González zum Geburtstag. Via Instagram wünschte der TV-Judas seinem Bruder Wilson viel Glück zum Geburtstag. Die beiden haben trotz Familienkrise regelmäßig Kontakt. Er sei mit Jimmy nach wie vor gut, versichert Wilson. Er sieht die Situation ziemlich gelassen und ist der Meinung, dass sich die Lage irgendwann mal beruhigen wird. Nur selbst vermitteln will er, noch, nicht, ich halte mich da aber auch eher raus. Ist mir zu anstrengend. Schade eigentlich, mit einem Schubs vom Bruderherz würde der Stein der Versöhnung wohl schneller ins Rollen kommen.